Leute, weiter geht's mit Lego Marvel Super Heroes. Ja, genau, so heißt der Titel. Doctor in the House. Ja, und das ist die N plus erste Folge, weil wir schon wieder nicht mehr wissen, bei welcher Folge. Wobei N zwischen 20 und 30 liegt. Okay, ja, aus dem Wertebereich. Und Kalina und Fabian sind diesmal am Ball oder einen Controller. Oder am Start. Und ich muss mich erst mal behaupten, wenn man das Controller lacht. Genau. Wie kommen wir jetzt da durch, durch diese Eiswand? Durch die Eiswand? Vielleicht geht das echt nur wieder mit einem anderen Charakter im freien Spiel. Das könnte natürlich sein. Also du hast schon probiert, gegen zu schlagen. Du kannst gerne nochmal probieren, aber... Das hab ich hier schon gemacht. Ja, das, 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 genau, das wurde schon gemacht. Also außer Mr. Fantastic kommt ja keiner hoch, dann muss es also jemand sein, der hochschlagen kann. Dann wird's wahrscheinlich wieder Iron Man sein, mit seinen Raketen. Oh, ah! Oder vielleicht jemand, der das Eis schmelzen kann. Ja, stimmt. Human Torch, hier ist ja auch die ganze Zeit was zum Schmelzen. Ja. Die Frage ist aber, warum ist der Typ da reingekommen? Ich glaube, du musst nach rechts, Kalina. Also mit dem Reed. Doch, zu mir. Also wenn wir weiterspielen wollten. Äh, hier ist eine Wand. Ja, du musst, geh mal runter wieder und dann sagst du mal. Ach, dann nach rechts. Nach rechts. Warte, ich will diesen Typ erschlagen. Ha! Hey, ich hab ein Herzen wieder. Ich hab gar keins verloren. Nö, nö, nicht ganze drei. Gar nichts. Okay. Genau. Ja, hier musst du wahrscheinlich durch. Mhm. Und da bin ich wieder raus. Wie schön. Quetscht. Ich hätte ja gar nicht diesen, diesen wunderschönen Sound-Sample. Wie Kalina stirbt. Aber das ist ja süß, dass die Stats da unten liegen bleiben. Mit A. Mit A. Hat das doch gedrückt. Ja, aber du springst daneben. Ey, cool, ich leb noch. Ich leb noch. Jetzt bist du reingeklitscht. Äh. Was sollst du sagen? Ja. Und zum dritten Mal. Yay. Ja, jetzt hat's geklappt. Und jetzt schnell B drücken, bevor du wiederfällst. Und ganz viel B drücken. Und du benutzt immer noch die andere Hand, um B zu drücken. Geht leichter. Ich sag's dir. Und nochmal B halten. Ja, zum Aufbauen. Genau. Und dann wirst du zum Schraubendreher. Ja. Und dann wirst du dich wieder auf B. Schon wieder zum Akkuschrauber? Nee, Schraubendreher. Äh. Mein Gott, was ist das denn? Du wirst zur Bat... Was macht der mit seinem Hintern? Batbrake. Batbrake. Ja. Ja, egal. Ihr habt schon kapiert, was ich meine. Oder nicht. Ich wollte es, glaub ich, gar nicht verstehen, aber mein Ohrn hat's leider zusammensitzt. Wo ist dein Pocken und so aus? Hä? Ah, da ist er schon. Ja. Also hat er wirklich die Festung schon ausgekundschaftet und kloppt sich jetzt. Oh, wir kriegen jetzt Gesellschaft. Ja, dazu steh ich jetzt wieder. Yay. Ich vergesse immer, dass die so aussehen. Was sollen denn eigentlich diese Dinger sein, die ihr da gerade kaputt macht? Die Plattform? Keine Ahnung. Da muss der Fette hin, der nicht halb. Das Ding. Wie heißt er nochmal? Das Ding? Das Ding. Das Ding. Das Ding. Also nicht das Ding, sondern das Ding. Jetzt macht er die Brücke aus. Juhu. Und jetzt muss da die Invisible omen wahrscheinlich. Ne, ich bin jetzt der... ja. Du bist die Invisible. Yay, ich kann smashen. Pock smash! Äh, Fing smash! Aber... Pock, ne. Du bist auch nicht unsichtbar. Ja, war ich eben. Jetzt. Aber bringt mir trotzdem nichts. Hm. Ich komm zu dir. Ah, die Tür. Moment. Tür auf. Ja, guck auf mich, guck auf mich. Ah, du bist schön. Ja, verklopp sie. Das muss aber Reed jetzt machen. Ich komm hin. Ja. Äh, ja, ich hätte es gesehen. Ah. Achso, okay. Ja, wirst du nicht. Es ist gegen. Es ist egal, wie. Es ist gegen. Ja, ich hab die Batterie rausgemacht. Äh, entschuldigung. Jetzt muss ich wieder hinstellen. B drücken. Yay, okay. Umgreifen und X drücken. Düm dü 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 dü. Was wird das denn, als fertig wird? Na. So wird Energie übertragen, Jia. Von einer Satellitenschlüssel auf die andere, auf die andere, auf die andere. Achso. Weißt du das etwa nicht? Hast du den Physik nicht aufgefallen? Genau. A, B drücken, dann wirst du hochgezogen. Na komm schon. Hä? Warum hat er seinen Muskel gezeigt? Achso. Weil du B gedrückt hältst. Ja, du musst warten, bis er die C kann. Die C kann. Du hast B gedrückt halten. Was zum Teufel muss ich da machen? Einfach nur einmal B drücken und nicht gedrückt halten. Wenn es jetzt über dir ist. Genau. Ah, okay, okay. Und jetzt? Wo muss ich denn die hochgezogen hin? Aber das machst du sehr gut, Kalina. Genau. Mir hat gar nicht den Sarkasmus hinbeinerstiert. Es war noch gar nicht so schlimm viel Sarkasmus. Ich glaube, dass der Rü zum zur Tierkanne wird, ist ein Achievement. Ja. Das haben wir schon in der Phantastic 4 Tower gehabt. Ach verdammt. Also wir haben es durchgemacht, aber es wurde nicht angezeigt, weil die Regie das vorher schon gespielt hatte. Ach so. Wo muss ich das jetzt klobbeln? Vielleicht einfach irgendwo? Andersleuchtende. Ach so, Andersleuchtende. Das macht natürlich Sinn. Dann kommt da ein Laser raus und den leite ich dann da rauf. Woher wusstest du, dass da ein Laser kommt? Weil da eine Laserplattform ist und da ein Satellitenschuss wie Energie braucht. Also Gamer Sinn. Aber ja. Gamer Augenmaß. Richtig. Wie alle anderen bösewichtig hat auch Dr. Dune extra sein Versteck so aufgebaut, dass es für uns ganz einfach ist alle zu zerstören. Das ist voll süß. Wenn das Ding da rüber läuft, dann sind dann seine Fußspuren so Lego-Abdrücke. Stan hat eben... Gerufen? Ja. Yay, ich kann mit vielen Deutsch. Wuhu! Dann flieg mal kurz... Nein! Kannst du mal hier an der Brücke rumfliegen und gucken, ob du irgendwo Stan siehst? Nein, ich gucke zuerst, ob er nicht hier hoch ist oder so. Na, aber er hat hier vorne gerufen. Ach so, bei der Brücke. Ja. Und ich meine, wenn wir in der Nähe wären, müsste... Ah, er ist hier. Okay. Was? Wo? Ich seh... Na ja, da braucht man Spiderman oder sonst jemanden. Ach so. Mit Instinktsinn. Gut, na dann. Dann machen wir mal bei dir, bei einer Kalina. Dann halt nicht. Yay. Nein, ich kann hier nicht durch. Nein, das geht nicht. Dann nur gäbe Sachen schmecken, oder? Was für Raketen. Goldene. Nein. So was da, genau. Müsstest du als Frau nicht eigentlich mehr Farbrezeptoren haben? Äh, Städtchen mehr? Ähm, also das ist für mich immer noch die Elke, Entschuldigung. Das muss ich wahrscheinlich mal zehnmal machen, oder? Naja, auf der einen Seite war das jetzt und hier ist noch einer. Also hier ist noch eine Statue, die du schmelzen kannst. Ähm, 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 ähm... Ach so, bei dir. Ja. Aber hast du den Schalter da schon aktiviert? Weil er noch rot war? Hä? Ich hab den gerade aktiviert, was soll das? Wurdest du vielleicht geschlagen? Ja. 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 Ging da. Hier. Okay. Gut. Hä, aber jetzt ist es schon wieder? Hm, ich glaube, hier muss man auch was reparieren, aber das muss man ins Blumen machen. Ach so. Ach so. Ja. Okay, ich komme die Statue zu, ähm, Gedingsten. Schmelzen? Genau. Dann ist hier auch noch was für das Ding. Ja, ich kann nicht alles gleichzeitig machen. Nee, ich sag's nur, dass wir uns merken und hier ist was zum Kram, das kann keiner von uns. Ja, Kalina, konzentrier dich erstmal auf Schmelzen. Na, diese Statuen, die gab's ja jetzt überall, also... Ja, wir müssen jetzt aber nochmal zurückgehen. Äh... Äh, kann ich schon. Vielleicht musst du dann zurückgehen, also... Ich glaube, du musst, äh, draufhalten. Nein, halte, äh... Ja, das ist, äh, ich glaube, das ist zwar B gedrückt hat. Na, sonst kannst du ja immer nur einmal draufschießen. Ja, also aus dem... Es muss ja auch so einen Strahl geben. Richtig. Okay, ich zeig jetzt drauf und halte X immer noch. B. Ah, B. Das ist andere X. Warte, musst du mal nachher nach oben zeigen? Ach so, kann nicht. Uh, jetzt geht's. Ja, und da... Ah, jetzt kannst du so... Rausspringen und dir das einsammeln. Ja, das geht hier doch. Ja, das geht auch sehr schnell. Ja. Wie geht das immer schneller, habe ich den Eindruck. Ja, hier geht irgendwie auch. Wir haben aber keinen Multiplikator. Ja, da gibt es einfach mehr blaue Steine oder so. Hm. Das kann sein. Ja. Jetzt auch mal... Wo seid ihr überhaupt sicher? Na, wir bauen gerade den Fahrstuhl zusammen. Was war eigentlich auf der rechten Seite? War da noch was? Ah, okay. Das ist jetzt für mich. Ja, aber die Tür auf der rechten Seite wäre ja auch noch für das Ding. Konntest du da irgendwie hoch? Warte mal, ich muss zuerst alles... Ja, ja. Alles kaputt machen. Ist recht. Ja, bevor ich kaputt gemacht habe. Aua! Oh, ups! Hey, ich dachte nicht, dass es ferngefahren geht. Stimmt, haben wir auch noch nie gemacht. Ich habe das Gefühl, dass es in diesem Spiel... Also, dass die Quintessenz dieses Spiels eigentlich ist, dass Fahrstühle sehr wichtig sind. Ja, glaubst du? Fahrstühle und Rücken und Variieren und so. Und was ist hier? Das muss ich nicht sagen. Oh, die Fliegen. Was für eine Überraschung. Hier sind... Also, Kalina, guck mal kurz auf meine Seite. Ja. Hier sind immer so Eisteile, die kannst du auch schmerzen. Allein, wenn du daneben stehst. Alles klar. Also, ich finde nichts hier oben, was der Mann scheint. Echt nicht? Na, guck mal auf meine Seite. Okay. Ne. Dann müssen wir also doch noch hier hoch und irgendwie die Tür noch aufmachen. Müsst ihr das nicht noch... Habt ihr das da eben schon repariert? Und was ist das hier? Muss man hier vielleicht jemand anderes? Mit der Frau? Ja. Ja. Oder jemand, der einfach schwer genug ist. Wie dem... Ding? The Thing? Ja. Ah ja. Ah. War zu leicht. Genau. Genau. Oh Gott. Genau, das Gegenteil von normalen Fahrstühlen. Die piepen da. Ist dir das schon oft passiert hier? Willst du darüber reden? Ja. Das ist uns tatsächlich letztens passiert. Ja. Ich glaube, die Bösewicht haben so ein Bösewicht Anonymous. Weil sie kennen sich alle und sind alle beste Freunde und so weiter. Ja, Evil Book. Kennst du das nicht? Du meinst das, was Mark Zuckerberg gegründet hat? Ne, Mark Saltberg war das. Oh, jetzt kennen wir hier wieder einen Boss. Noch nicht. Ne, noch nicht ganz. Also wir haben noch keine Bossanzeige. Und wir müssen noch die Teile verknoppen, dass wir was zum Aufbauen haben. Genau. Die springen erst nur so komisch rum. Achso, noch könnt ihr nicht aufbauen. Vielleicht gehst du mal weg da. Ich lass mich mal verknoppen. Ja, das ist kein Problem. Man muss den Bösen ja auch eine Chance geben. Das war ja Demons Refuri-Name-Name-Name-Name. Ich dachte, Kalina steht doch da drauf, dass man alles so zersmaschen kann. Und sie wollte einfach nur der Gegenseite auch mal Spaß bereiten. Ja. Ja, das ist einfach so gut. So, was jetzt? Auf dem kann das doch bestimmt sein. Ja, genau. Aber worauf? Ach, da. Auf den Goblin. Ach, ich dachte, das wäre eine Statue an der Wand. Achso. Okay. Das sieht auch mal an. Ja, aber da passiert irgendwie nichts. Doch, doch. Der hat schon drei Herzen verloren. Ich sammle noch Strats. Richtig. Aber. Aber. Ich muss noch was machen. Wie wir den Boss besiegen. Das sehen wir in der nächsten Folge. Richtig. Wenn die Doktoren wieder im Haus sind. Macht's gut bis dahin. Ich glaube, bis nächste Episode schaffen wir es nie Doktorin zu werden, Fabian. Du musst dich ein bisschen ranhalten, Fabian, ne? Ja, wir können bis zum Master werden. Bin ich in der nächsten Folge. Genau. Auf doch. Du machst das, und du Kass. Tsuchs. Tschüß. 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 pourquoi εί